Hallo und willkommen zu meinem ersten YouTube Video, naja, bzw. die deutsche Besseren davon. In diesem Video werde ich euch 5 Dostor Repaints für Train the World vorstellen. Ich hoffe die Reskins werden euch gefallen. Dieser Repaint von Nina lässt die Farben des Dostors in Kombination mit der BR 143 Best aussehen, in denen sie Fahrer gestaltet wurden. Als nächstes kommt der IC2 Repaint von Nikok für den Dostor und die BR 146 der Mainz-Pressat-Bahn. Wenn man diesen Repaint benutzt, kann man auch verschiedene Linien als IC-Linien in der Zugzielanzeige anzeigen lassen. Dieser fiktive Reskin von Kohlerwummel wurde für den Dostor in Kombination mit der BR 143 der Ruhrseeg-Nordlinie erstellt, um den Verkehr auf der Route realistischer zu gestalten. Dieser fiktive Repaint von Nikokos beinhaltet zwei verschiedene Versionen des Dostors, den Mint Repaint und den S1 Repaint in Orange. Man kann aber nur einen Repaint gleichzeitig benutzen. Dieser Dostor Repaint von Wally repräsentiert das S1 Design von Dresden. Hier behandelt es sich aber nochmal im Prototypen. Das war's mit dem Video, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung unterlassen oder den Kanal abonnieren. Alle Download-Links zu den Dostor Repaints sind in der Videobeschreibung verlinkt. Anweisungen zur Installation der Repaints sind entweder in der Videobeschreibung oder im Download als readme.tsb.txt enthalten. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.